Ah, grüße, yo. Besser. Rage of Bahamut, Virgin Soul, Ep. 5, glaube ich. Ja, ja, 5. Okay, okay. Gibt's neue Entwicklungen? Hm, nicht sehr viele, aber ein paar interessante zumindest. Äh, Nina und, äh, Mugel war der damals kleinen Jungen? Also, dachte jetzt eigentlich, dass es ein Junge wäre, aber anscheinend hat Nina immer wieder die Cross-Dressing-Nummer abgezogen. Bei anderen reden sie von einem Jungen, dann ist dann, okay, warum nicht, ist ja auch kein Problem. Also die Suche nach ihm geht ja anscheinend fleißig weiter, da er anscheinend Himmel und Hölle auf ihn abfahren. Yay, wortwörtlich. Wirklich wortwörtlich. Und die Suche ist anscheinend im vollen Gange. Nebenbei hat man halt eben noch die Vorbereitungen für diesen Dämonenaufstand, den Azaziel, onzettelt, der in ein paar Tagen losgehen wird. In dem er den anderen offenbart, dass er anscheinend den roten Drachen, der ja eben Nina ist, wenn sie halt eben ein bisschen zu hohem Blutdruck bekommt, haha, dass er sie benutzen wird, um halt eben die Macht der Menschen näher zu reißen, die halt eben die Dämonen unter Kontrolle hält im Moment. Nebenbei hat man auch noch eine Szene, in der wieder einmal Dämonen wird ja extrem schlecht behandelt werden. Wow, hey. Mittelalter-Street-Pimp-Zeit ist wirklich, wow, okay. Da hat sich jemand sehr viel einfallen lassen, um das ganze Hagi-Bear-Style mäßig rüberzubringen. Wobei ebenfalls eben Muguru wieder mal seine Fähigkeiten beweist, wobei es beinahe entdeckt werden, aber dann doch nicht zumindest. Aber eine der wirklich besseren Szenen war, oder eine der besten Szenen in der Episode jetzt gerade war, war diese Kaffee-Szene mit Kaiser und Rita zusammen. Äh, natürlich scheint man eine kurze Nummer zusammen zu haben, äh, an einem kleinen, äh, Café am Flussrand. Also, so einen kleinen Ort, wo er merkt, ja, er muss endlich einmal seine Gefühle loswerden und so weiter und du wirklich siehst, wow. Gut, okay. Okay, ich weiß, wo es hingeht. Es ist trotzdem herrlich zuzuschauen, wie Rita mehr oder weniger nervös wird. Was ich sage als, okay, das habe ich von ihr noch nie gesehen zuerst. Und ich sage, okay, so, hhhh. Mit diesem wirklich verkrampften Grinsen, das sie aufsetzt. In der Erwartung, dass jetzt was Großes kommt. Wobei er halt eben nur wieder loszuheulen anfängt, dass er halt eben karrieremäßig mehr auf der Stelle tritt. Weil er so, er ist bis heute hingekommen, aber er weiß nicht, wo er hingehen sollte. Was sie natürlich extrem anfuchst, weil er so groß rauspussert. Und es ist ein Klassiker in solchen Geschichten, ja, ich weiß. Und es ist telegrafiert, ehrlich gesagt, wie ein Elefant im Porzellanladen, okay. Also, wenn du jetzt nicht weißt, was hier kommen würde, dann muss ich sagen, hast du zu wenige Animes geschaut. Oder zu wenige allgemein, weil es ist überall schon so gewesen. In jeder Comedy forscht schon, okay. Es gibt solche Szenen. Sobald du den ersten Ton davon hörst, denkst du, ahhh. Okay. Wobei halt eben sie halt darin redet, dass sie eben die Fressepulie mit ihrem typischen fliegenden Faustschlag und ihn fliegend in den Bach setzt und sich darüber auslässt, dass er zwar früher, vor zehn Jahren, immer noch ein riesen Idiot war, der aber wenigstens das gemacht hat, was er für richtig hielt. Jetzt ist er nur noch ein weinerliches kleines Kind anscheinend. Also, oder sie erinnert sich daran falsch. Und du wirst eigentlich sagen, wow. Alleine, dass die Kamera ihr dann folgt, während sie dann mehr oder weniger mürrisch von dannen zieht, der kickt mit dem Kieselstein. Oh Mann. Du siehst wirklich, dass sie wesentlich höhere Erwartungen an die Beziehung zwischen ihren Beinen gehabt hat anscheinend. Definitiv. Meine Güte. Cute Zombie Lolly in Love anscheinend. Oh. Okay, ehmolger Necromancer, jetzt Zombie Lolly in Love. So was. Und dann sag ich so, wuuu. Sie haltet definitiv sehr viel von ihm. Was das ist, lass ich den Kindern jetzt einmal offen, da könnt ihr raten, was es ist. Fragt eure Eltern. Wow. So eine Szene möchte ich mal live dabei sein. Es soll Fragen aufgeführt. Die Eltern haben es so schon schwer genug erscheinend mit diesen, mit diesen, äh, Anforderungen, die man Kinder nennt. Und dann solche Fragen, denke ich mal, ohhhh. Egal. Auf jeden Fall. Im Grunde genommen ist es einfach nur eine weitere Bestimmung, dass wirklich, ähm, Muguru, wirklich, das Kind ist, nach dem alle suchen, was eigentlich schon von alleine klar war. Sie haben einfach nur einen Radegag draus gemacht, am Ende der Episode mehr, oder wie, an einfachen Gag dabei. Okay. Hey. Äh. Äh. Immer auch die Bedeutung, das ist noch nicht ganz klar. Okay. Definitiv auf der mächtigeren Seite, aber zu welchem Zweck, was für ein Grund, was für ein Hindernis hat. Und halt eben das anscheinend Gag, was damit zu tun hat. Ja. Okay. Was genau hat der Himmel vor? Was, 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 was sind die himmlischen Mächte für eine, für eine, für eine Aufgabe für dieses Kind? Warum suchen sie denn dieses, dieses Kind so was? Und, äh, wenn man es dann, okay, halb Mensch, halb Engel, also Nephilim. Okay, okay, ist mir klar. Äh. Ein paar Punkte fehlen noch. Ich bin noch nicht so hundertprozentig da, wo ich hin will, wahrscheinlich. Aber wir sind die erste Episode 5, also wir sind knapp vor der Mitte der ersten, Season, also der Season, also, äh, werden, werden sehen. Also in dem Sinn, Episode 5, Rage of Bahamut. Virgin Soul. Ah, oh, 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 eine Sache ist noch. Äh, danach gibt es noch eine kurze Unterhaltung zwischen Kaiser und, äh, äh, dem obligatorischen Königsarschloch. Ich muss auch mal sagen, äh, das ist Royal Hate, muss ich sagen. Ich mein, es ist eine von diesen Geschichten, wo du wirklich sagen kannst, okay, du verstehst, worum es geht und warum du lässt sich so verhalten. Man könnte es trotzdem besser lösen. Und eben, also die Diskussion, die sie dann eben kurz dabei hatten, in dieser kleinen Ruhmeshalle wieder mal, die man auch von der ersten Season her kennt, mit dem großen, dem großen Bahamut-Statue in der Mitte zum Beispiel. Äh, die Diskussion, die eben mit Kaiser da abgeht, in Bezug auf, okay, dass Kaiser immer noch sehr naiv ist, ja, er ist ein naiver Typ, ja, und das ist ein Wunder, dass er so lange überlebt, ja, eigentlich schon. Ich mein, es hat ihn schon in den Arm gekostet, da ist wahrscheinlich noch ein Bein, da wird das weit drauf gehen, also, äh, obwohl, naja, Fabio ist derjenige, der mehr auf, der schon mehr losgelassen hat, also, äh, aber, im Großen und Ganzen, König weiß sowieso schon alles, was los ist, was sich mit Kaiser abgeht, und er wenigstens gibt ihn so, quasi, mach, was du willst, aber wenn du mir in die Quere kommst, bist du Hackfleisch, dann sag ich, korrekte Aussage. Weil ich kann nicht mehr, dass diese Idealisierung von allgemeinen Frieden der Mächte halt eben noch hat, also, dass alle zusammen in Frieden miteinander koexistieren können, so, wie, äh, wird nie, kann nie, wie sollte, ist doch immer so, weil, du, da dazu gibt es zu viele Arschlöcher auf der Welt und sonst irgendwo, wird nie funktionieren. Man kann maximal Gleichstand erreichen, aber das ist auch schon alles, aber niemals Frieden, das wird nie ablaufen. Was eigentlich logisch ist, was halt die alle anderen sehen, außer ihm anscheinend, aber naja. In dem Fall, Rachel Bahamut, Episode 5, Virgin Soul, sorry, falsche Reihenfolge, egal. Ja, bin gespannt, was da noch abgeht. Wie gesagt, immer noch, frei der Erwartungen, wenn mir die nächste Action-Stelle kommt. In dem Fall, Cheers, bis zum nächsten Mal. Ui, na, die muss ich noch nicht machen, der ist, äh, guh, boh, 对 Magic bin, bis zum nächsten Mal. Ja, .